Interesse an meine Karten, am Ende des Videos wirst du informiert, haue die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Samstag, den 9.9.23. Liebe Grüße an die Manuela, die mir eine super süße Mail geschrieben hat, danke ich der ganze Sackrisch dafür. Das dauert bloß ein bisschen bis ich es antworte. Ja, und ja, ich verstehe genau was du meinst. Und um euch aufzuklären, sie schreibt mir, dass auch sie viele Parallelen findet zur Tagesenergie. Mal kommt sie noch, mal war sie schon, mal ist sie gerade und das ist eben die Energie, wenn ich sage, so plus minus drei Tage. Also je nachdem, auch wenn sie schon war, kann man aus der Tagesenergie etwas rausziehen, weil sie gibt uns ja immer einen Lösungsvorschlag, worauf soll ich achten und so weiter. Also ist das schon mal sehr von Vorteil, wenn man da ein bisschen drauf achtet, was passiert denn so in meinem Leben, was begegnet mir. Denn was mir begegnet, hat nicht immer mit mir zu tun, doch hat für mich immer eine Bedeutung. Also ich bin es nicht der Sache, dass es egal, was passiert, hat mit dir zu tun. Du musst immer irgendwie was Fürchterliches machen. Nein, aber es hat immer eine Bedeutung. Immer. Ist egal, was es ist. Also man kann aus allem, man kann den ganzen Tag, könnte man wirklich lernen, wenn man so erleuchtet und so aufmerksam wäre. Aber wer ist das schon? Wir alle müssen arbeiten und wir alle haben natürlich auch Spaß und Freude, wo wir nicht aufmerksam sind, sondern den Moment genießen. Und das muss und soll so sein. Jetzt kommen wir zum Samstag. Wir haben Sorgen der Selbstbestimmung. Also wir machen uns Sorgen um unsere Selbstbestimmung. Wundert mich gar nicht bei unseren Dingen, die so um uns herum gehen. Wir haben schlechte Gefühle, ist ganz klar. Auch das verstehe ich. Und hier ist die Mutter. Also wir machen uns Sorgen um unsere Familienmitglieder, um unsere besten Freunde. Wir machen uns Sorgen um unsere Mutter, unseren Vater und so weiter. Wie soll es weitergehen? Wie soll ich mich selbstbestimmen? Wie soll ich die Mutter meines Lebens sein? Also die Bestimmte, die vorausschaut, alles zusammenhält und irgendwie alles richtig macht, wenn ich hier nur Sorgen habe. Okay. Ganz, ganz klar. Ich habe gerade gelesen, dieses komische Heizungsgesetz haben sie heute irgendwie beschlossen. Heißt aber noch lange nicht, dass das durch ist. Das müssen wir halt abwarten. Also noch nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich sehe das sowieso eigentlich alles sehr positiv. Nicht dieses komische Gesetz, sondern die nähere Zukunft. Sorgen. Wir machen uns auch Sorgen wegen dem Partner, wegen der Selbstbestimmung. Da kann es natürlich sein, vielerlei, dass du ein Problem hast, dich durchzusetzen, um in deine Selbstbestimmung zu kommen vor dem Partner. Gründe ist jetzt vollkommen wurscht. Es kann sein, dass der Partner ein Problem hat mit seiner Mutter, dass der ihr noch sehr anhängt oder sehr nach dem Mund redet oder, oder, oder. Ich will jetzt nicht sagen Muttersöhnchen, aber auch sowas soll vorkommen. Ist egal, wie alt die sind, dass ich habe Kunden. Da ist er, der Sohn, ja wenigstens schon 50, der kommt immer noch Hand in Hand mit seiner Mutter. Er benimmt sich aber auch so. Also ich habe jetzt nichts gegen Hand in Hand mit seiner Mutter. Das ist jetzt wieder was anderes, aber er benimmt sich auch so. Also er ist, naja, gut, ein Muttersöhnchen erster Klasse, wo aber er erstmal gar nichts dafür kann, sondern die Mutter und ihre Erziehung doch auch ab einem gewissen Alter eher selber schuld ist, weil er sich nie gelöst hat. Aber das ist jetzt ganz was anderes. Wir haben den Partner, die Transformation und die schlechten Gefühle. Also wir machen uns hier Sorgen mehr um die anderen als um uns und wir möchten helfen, dass die Menschen um uns herum sich auch transformieren, immer mehr in die Selbstbestimmung kommen. In die finanzielle, materielle Selbstbestimmung und auch in der Selbstbestimmung, was die Glaubenssätze angeht. Weil wir alle werden regiert durch unsere eigenen Glaubenssätze. Unsere ganze Energie, die wir in uns tragen, die wir ausstrahlen, wird geprägt von unseren Glaubenssätzen. Immer. Darum ist die Arbeit an sich selber ja so wichtig. Umso weniger man negative Glaubenssätze hat, umso leichter wird das Leben. Denn all deine Gedanken, ich weiß nicht mehr, 60.000, 30.000 Gedanken, irgend sowas hast du am Tag und du kontrollierst. Ich sage mal, du bist wirklich gut und kontrollierst 100. Dann hast du immer noch 29.900, die du nicht kontrollierst. Und die kontrollieren die Glaubenssätze. Also ist das auf sich aufpassen, das hört sich jetzt doof an. Da kann ich auch lange auf mich aufpassen, bis ich die raus habe. Es sind aber viele, viele, viele kleine Glaubenssätze, die dann immer ein Bündel haben. Viele kleine Glaubenssätze über das Geld, was den Oberbegriff hat, Geld ist blöd. Und wenn ich dann Geld ist blöd weg mache, mache ich das ganze Bündel weg. Also das geht dann schon recht einfach. Wenn ich mal weiß, wo sitzt bei mir der Hund begraben. Aber hier geht es darum, wir machen uns eben Sorgen um unsere Lieben und möchten, dass sie transformieren. Dass sie ihr Leben in den Griff bekommen. Dass sie mehr auch ihre Lebensgestaltung in Augenschein nehmen, in Angriff nehmen. Oh, sehr schön. Denn wir, irgendwo wissen wir, spüren wir alle, dass wir gerade auf dem Weg ins Glück sind. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich bin der nahen Zukunft, und da spreche ich jetzt von drei, vier Monaten, wirklich sehr positiv gesund. Und wenn ich da so reinhöre, dann merke ich zwar auch hier ein paar Brocken, die hier rumschweben in der Gegend, aber auch viel, viel, viel Licht. Also ich sage nicht, in drei, vier Monaten ist ja alles vorbei. Aber für die, die hier an sich, nicht an sich arbeiten, aber die das Leben positiv sehen, kommen auch in eine positive Schwingung. Und denen wird das Positive auch mitziehen. Obwohl es diese schwarzen Brocken nach wie vor geben wird. Und hier heißt es, Lebensgestaltung, wir bleiben jetzt mal bei erdlich, bei weltlich, erdlich, Lebensgestaltung. Du kannst dir reichlich dein Leben gestalten. Kommt drauf an, also transformier deine Glaubenssätze. Hör auf, dir Sorgen, um das Materielle zu machen. Alles wird gut. Kann sein, dass du jetzt eine Idee hast. Gut, beim nächsten Urlaub fahren wir halt nicht in das Drei-Stände-Restaurant, sondern wir nehmen uns eine Ferienwohnung, kostet die Hälfte und dann können wir das alle wieder leisten. Also alles gut und sei freudig gestimmt. Während die Mutter, der Partner oder die Freundin klagt, mein Gott, nix in Urlaub, kann ich nicht fahren, ich bringe das Geld nicht zusammen, bla bla bla, weil sie gar nichts anders in Betracht zieht. Das heißt, sie kann überhaupt nichts transformieren. Sie sieht nur, dass alles schlecht ist. Kann auch sein, dass du sagst, doch komm, der nächste Urlaub ist noch ein halbes oder dreiviertel Jahr hin. Bis dahin hat sich bestimmt viel geändert. Bis dahin kann ich noch sparen und, und, und. Das Glück ist mir halt. Du so positiv denkst, sie das aber nicht kann. Und hier heißt es wirklich, das Glück ist uns halt. Transformiere deine Sorgen und schlechten Gefühle. Lass dich nicht vom Partner mitziehen. Denn das ist auch hier eine große Gefahr. Selbst wenn du sehr positiv bist und wirklich was tust, du aber einen permanent negativen Partner oder einen sorgvollen Partner neben dir hast, wird dir dich automatisch mitziehen. Und das ist mir gestern ganz krass aufgefallen. Also, das ist wieder später. Das sage ich euch später. Das sage ich später. Wir kommen jetzt hier. Also, lass dich nicht von dir Sorgen mitziehen. Denn hier heißt es, hier wird es gut. Deine Lebensgestaltung, wenn du daran glaubst, wird sie wirklich reichlich von Glück und materiellen Dingen gesegnet sein. Für einen oder anderen heißt es hier, die Familie, der Partner, die Mutter, der Vater, die Schwester oder wer auch immer, machen sich Sorgen ums Geld und hier kommt ein reicher Geldsegen. Auch das kann es hier heißen. Also, es heißt auf jeden Fall, deine Sorgen dürfen transformiert werden. Du kommst in die Selbstbestimmung, weil hier wirklich Reichtum an finanziellen Sachen und Glück fließt. Also, das ist das Materielle. Also, am Samstag müsstest du eigentlich keine Sorgen machen. Oh, Samstag, Sonntag, Montag. So. Jetzt kommen wir ins Spirituelle. Und zwar wollte ich euch erzählen. Genau. Ich sehe momentan eine Serie auf Netflix, die heißt Shadowhunter. Da geht es um viele Helden, die Runen haben, die sie aktivieren können. Dann können sie schnell laufen und was weiß ich nicht alles. Die haben Magier, die haben Vampire und Wehrwölfe und alles Mögliche. Ich liebe solche Fantasy. Und ist, also jeder, der, es spielen lauter junge Leute mit, die sich verlieben, entlieben und Hürden haben und so weiter. Also jeder, der sowas ein bisschen Kitschiges nicht mag, braucht es nicht anschauen. Ich liebe sowas. Aber diese Serie habe ich mir gestern wieder angeguckt. Und nach, ich weiß nicht, eineinhalb Serien, also eineinhalb Filmen, habe ich ausgeschaltet. Habe mich so aufgeregt. Habe mich richtig aufgeregt. Und ich war richtig schlecht gelaunt. Und wusste aber eigentlich nicht warum. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, das muss ich jetzt rausfinden. Warum bin ich jetzt schlecht gelaunt? Ich war den ganzen Tag gut drauf. Mir geht es gut. Warum? Und du weißt, ich schreibe. Und bei solchen Schreiben, wenn ich dann automatisch, das heißt nicht automatisch schreibe, aber ich schreibe, ohne viel darüber nachzudenken, dann kommt bei mir eine Stimme, die, ja, ich weiß es, 100% pro, das ist meine Seele, die dann hier mit mir spricht. Ich schreibe und sie gibt mir Antworten in dem Moment, wo ich schreibe. Und da kam dann, ja, was schaust du da so einen Scheiß an, so im Großen und Ganzen? Dein Verstand kann nicht über Fantasie, über Film und Realität unterscheiden. Weißt du doch. Ja, wenn du dir was vorstellst, der Verstand weiß es nicht. Ist es real oder ist es Vorstellung? Also kann der Verstand auch nicht über Filme unterscheiden. Und das, was in den eineinhalb Stunden passiert ist, war wieder viel Intrigen. Die Liebenden haben sich wieder getrennt durch Intrigen und da war ich so eine ganz Böse dabei. Und ich hasse Intrigen. Ich hasse das. Ich mag das nicht, wenn Menschen so falsch sind. Da kriege ich Kribbeln, da kriege ich Anfälle. Und ja, alles, was du nicht magst, ist da gekommen. Das Glück hat sich wieder getrennt und ist auseinandergebracht worden und leider so ein Blödsinn. Also habe ich jetzt real von meinem Verstand, von meinem Sein erlebt, dass sich das Gute wieder trennt, dass sich nichts rentiert, dass das Böse gewinnt, bla bla bla. Natürlich geht der Film wieder anders aus, das weiß ich schon. Aber ich sehe ja eher, sagen wir mal, von einer Dreiviertelstunde, 40 Minuten, alles ist ganz fürchterlich schlimm. Und 5 Minuten, dann ist ja doch wieder alles gut. Wiegt diese 5 Minuten, wiegen diese 40 Minuten nicht auf. Verstehst du, was ich meine? Also ich habe mich praktisch eineinhalb Stunden mit Sachen beschäftigt, unbewusst, die ich alle nicht will. Und darum hat es mich dann auch so aufgegriffen und ich habe das ausgeschaltet. Es hat mich regelrecht runtergezogen, obwohl ich solche Filme furchtbar gerne ansehe. Und das ist das, wenn ich sage, lass dich vom Partner nicht so beeinflussen. Wenn du einen negativen Partner an der Seite hast, der dich tagtäglich sein Leid klagt und sei es nur, dass er tagtäglich stöhnt und jammert, weil einem das Kreuz so wehtut oder, oder, oder. Es zieht dich mit der Zeit automatisch runter, weil du da nicht mehr Acht gibst drauf. Du müsstest wirklich in dem Moment, wo dir das erzählt, ich habe schon wieder so ein Kreuz weh und kannst du mir mal das aufheben. Und du kennst ja diese Partner, die so jammern. Du müsstest dann rausgehen und sagen, und dann lasse ich jetzt alles wieder los. Das müsstest du jedes Mal tun. Und daran müsstest du denken, dass du wirklich nicht runtergezogen wirst. So wirst du automatisch Stück für Stück in diese Krankheit, nicht in diese, aber in Krankheitsenergie an sich hineingezogen. Und wenn du dich mal beobachtest, wenn dein Mann recht jammert, und das weiß ich von mir, kann ich davon ausgehen, dass ich so etwas ähnliches einen Tag später habe. Auf einmal habe ich auch gar nichts, oder das Klinik tut mir weh, oder irgend so und was. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Bis ich reflektiere, ja, er hat ja wieder gejammert ohne Ende. Und ich habe mich nicht davon distanziert. Ich habe es nicht transformiert. Und sowas haben eben auch diese Filme, wie ich erzählt habe, an sich. Das heißt, du sollst, also ich werde jetzt meine Serien trotzdem weiterschauen, aber ich werde sie erstmal mit Bedacht ansehen, werde mein Verstand immer wieder zu verstehen gegeben, das ist ein Film, das ist nicht real, das ist nicht mein Leben. Und vor allem, ich werde es nicht so lange angucken. Und dann muss ich es halt dann gleich danach verdauen. Weil ich sie es ja trotzdem gerne an. Aber solange ich diese Glaubenssätze irgendwo in mir noch habe und die Glaubenssätze ganz ausmärzen, ich weiß nicht, ob das wirklich geht. Dieser Kern, dieser Same bleibt ja drin. Und wie ich ja gestern gesagt habe, ist es ja alles in dir angelegt. Also es sind auch alle, alle, alle Glaubenssätze in dir angelegt. Und wenn du eben einen ausgeprägteren Glaubenssatz hast, keine Ahnung, ich bin es nicht wert, den jetzt aber auf dem Weg bist zu revidieren, einfach durch deine eigene Wertschätzung und so weiter, du dann aber wieder eineinhalb Stunden einen Film anschaust, wo du merkst, der Hauptdarsteller, der ganz Liebe, der ganz Tolle und eigentlich der, der immer gewinnen sollte, wird absolut herabgewertet, wird hintergangen, integriert, also das scheint, das Böse gewinnt wieder, gegen eben den absolut Guten. Sagt das dir unter einem Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, ja es ist ja wirklich nicht wert, es gewinnen immer die Bösen, bla 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 bla. Verstehst du? Und schon triggerst du deinen Glaubenssatz wieder an, obwohl das überhaupt nichts mit dir zu tun hat. hat auch mit, du machst dir Sorgen, jetzt war es Heizungsgesetz und ich habe mich selbst ertappt, wie ich jetzt gelesen habe, Heizungsgesetz, haben sie halt durchgepeitscht, dass ich mir wirklich ganz kurz gedacht habe, ich muss das jetzt wirklich mal lesen, was da auf mich zukommt, ich habe sofort wieder weggemacht. Nein, das ist nicht in meinem Leben. Erstens weiß ich, dass das noch lange nicht fertig ist und meine ganze Prognose, mein ganzes Sein sagt, alles ist gut. Also warum soll ich mich da in irgendwelche Sorgen stürzen? Da musst du aber ehrlich mit dir sein, du darfst dich nicht selber anlügen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nämlich auch Menschen, die sich vorgaukeln, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, nur dass sie nichts ansehen müssen. Also ich überprüfe das doppelt und dreifach. Ich mache auch eine Blindshow, dass ich mir so kleine Zettelchen schreibe, habe ich euch eh schon mal erzählt, wo dann drei, also vier Sachen draufstehen. Eins, die ich wirklich, was mich wirklich interessiert, aber drei, die vielleicht ähnlich sind, wo ähnliche Antworten kommen könnten oder, 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 nur um mich selber nicht zu manipulieren. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, weil das macht jeder Verstand, versucht dich zu manipulieren. Ich habe da eben heute Nachmittag auch geschrieben, ja, warum macht der Verstand das? Warum lässt er mich nicht hochschwingend? Ja, weil du diese Glaubenssätze antriggerst. Und ist egal, was du tust, und wenn du jetzt irgendwo auf der Straße Leute reden hörst, die dann jammern, und du hast irgendwas in der Ähnlichkeit, einen Glaubenssatz, ob der schläft oder nicht, der wird angetriggert. Das heißt, du musst also wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr auf dich aufgeben, Obacht geben. Auf der anderen Seite heißt das hier spirituell, wir bekommen sehr viel Hilfe. Hier kommt Mutter Ehre und hier kommt die Transformation als Partner. Das heißt, also, das ist jetzt momentan ein großer Partner, diese Sorgen und schlechten Gefühle, die deine Selbstbestimmung, die dein Selbstwertgefühl, deine Selbstbestimmung, dein ich bin mehr als nur der Mensch und kann alles oder hab alles, sehr stärken kann. Also, indem du das hier rausschmeißt. Ich will jetzt da trotzdem mal reinschauen, was mir hier gesagt wird. Ich habe ja allerdings gesehen, nein, nein, ich habe die Wunderlampe gesehen, nicht nur die Wunderlampe, da kam der Geist schon raus, der war schon aus der Lampe raus und hat so gedeutet, dass es die Lampe ist, die hat immer so gemacht. Magst du nicht mal reiben, magst du nicht mal was wünschen. Und das ist das hier. Wünsch dir was. Die Energie sagt, wünsch dir was. Transformier deine Sorgen, sei die Mutter deines Lebens, vertraue dir und deinen grundsätzlichen, positiven Anlagen. Nimm deine Transformation als Partner, was jetzt sehr schnell geht und anhaltend geht und transformier deine Glaubenssätze, dass hier das Geld, das Glück und das Reichtum in dein Leben fließen darf. Und ob das jetzt das Reichtum von Geld ist, das Reichtum von Glück oder Freizeit ist, vollkommen wurscht. Das kann sich jeder machen, wie er gerne möchte. Und auch Reichtum ist immer relativ. Der eine versteht unter Reichtum, was weiß ich, Milliarden, der andere Millionen, der dritte 100.000, der vierte 50.000. Das ist vollkommen wurscht, was du unter Reichtum verstehst. Und ob es jetzt Reichtum an Liebe, an Geborgenheit, an Kinder oder, oder, oder ist. Es ist vollkommen wurscht. Hier ist alles abgesegnet. Es liegt speziell Geld da, ja, weil es wichtig ist. Es ist aber auch materiell und heißt, hier auf Erden, hier auf Erden in deinem Leben, in deiner Lebensgestaltung, darfst du jetzt, oder bist du mit Glück gesegnet. Transformiere deine Sorgen, komm in die Selbstbestimmung und grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, es sind aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Lehrkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder, oder, oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang, nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen in einer Dreierlücken, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen und wenn ich alle Karten durch habe, wird es so in zwei Wochen so sein, kriegst du auch den Link, da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Lege-Systemen und die sind so 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.